Ich war heute bei Rose, habe mich massieren lassen. Es war wunderbar, mal wieder. Ich habe ja nicht so viel Zeit, aber wenn ich Zeit habe, dann komme ich her und lasse mich von Rose massieren. Und Rose, du hast morgen, was hast du morgen? Nein, übermorgen. Ne, was hast du übermorgen? Ich habe übermorgen, dieser mein Geburtstag, am 5. August. Okay, und dann nochmal alle, die mit Rose befreundet sind, müssen ihr gratulieren, nicht vergessen. Alles Liebe, ciao. Ciao. Danke.